Innovation ist nicht das Bestehende schneller und besser zu machen, sondern einen Sprung zu machen. Ich heiße Gunther Hennen und ich bin Architekt. Als Architekt erlebt man die Welt unmittelbar und gerade Industrieunternehmen oder Universitäten oder Verwaltungen müssen sich der Zukunft stellen und das heißt verändern. Ich glaube gerade in der heutigen Zeit ist ein Austausch mit der Wissenschaft notwendig. Innovation braucht eine gewisse Anzahl von Menschen, sonst kann dieser soziale Prozess nicht stattfinden. Ein Innovationsprozess kann ich nicht planen, aber ich kann ihn managen. Wenn Unternehmen innovieren wollen, dann müssen sie sich klar sein, dass das nicht ein weiterer Fachbereich ist, sondern ich muss die Möglichkeit schaffen und das ist eine räumliche Aufgabe. Wie kann ich verschiedene Menschen unterschiedlicher Disziplinen, unterschiedlicher Denkweise und Verantwortungen zusammenbringen. Dann brauche ich Räume, die das ermöglichen und solche Veränderungen bewirken sehr viel und dann muss man durch Marktplätze, durch Speakers Corners ständig die Kommunikation aufrechterhalten, damit jeder daran gerne teilnimmt. Innovation bedeutet, sich Neuem zu öffnen und dazu muss ich vieles zulassen, viele Perspektiven und dann muss ich aber wieder sehr selektieren, auf den Punkt kommen. Und zum Schluss kann ich nur in einer emotionalen Übereinstimmung mit mir selbst zu einer Entscheidung kommen. Ich als Person wurde das Unternehmen mit seiner eigenen Identität.